Herzlich Willkommen bei der Telefonandacht. Wir feiern heute in Gomaringen Erntedankfest und deshalb greife ich auch den Wochenspruch zum Erntedank auf. Er steht in Psalm 145, Vers 15. Alle Augen warten auf dich, Herr, und du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit. In Ulm gibt es ein Brotmuseum. Dort sind auch Erinnerungen an Hungerjahre verwahrt. Ich konnte dort lesen, zur dankbaren Erinnerung der Güte Gottes, welche der allgemeinen unerhörten Teuerung durch eine gesegnete Ernte ein Ziel setzte, im Jahre 1817. Und darunter steht dann das Gebet, Herr, gib uns das tägliche Brot aus Gnaden immer dar, vor Mangel teurer Zeit uns ferner hin bewahr. Die Bitte um das tägliche Brot, die kennen wir aus dem Vaterunser. Nur ist mein Eindruck, dass die Erhöhung dieser Bitte als geradezu selbstverständlich vorausgesetzt wird und das tägliche Brot für uns heißt, wählen zu können unter vielleicht 50 Brotsorten und die Produkte der ganzen Erde auf dem Markt vorzufinden. Ob dieses Gebet heute nicht ein wenig anders lauten müsste, jenes Gebet aus Ulm vom Jahr 1817? Heute müssten wir vielleicht beten, Herr, gib uns das tägliche Brot aus Gnaden immer dar, vor Verschwendung und vor Überfluss uns ferner hin bewahr. Das wäre dann ein Gebet, das mehr Mitdenken erfordert, Einsicht in Zusammenhänge voraussetzt, ja uns auch eine gewisse Bescheidenheit aufnötigt. Es fällt uns dann auch nicht mehr so leicht, unansehnliche, aber noch gute Lebensmittel wegzuwerfen. Und es fällt uns dann vielleicht sogar ein Mensch ein, einer von ungefähr zwei Milliarden Menschen, der genau diese Menge zu wenig hat zum Leben, die wir zu viel haben. Und wir hätten dann immer noch keine Not, wenn wir darauf verzichten würden. Niemand von uns weiß, wie weit entfernt die nächste Notlage bei uns ist. Die Zurückliegende ist zu weit entfernt, als dass wir wirklich noch betroffen wären davon. Aber wie ist das mit jenen Notlagen, die sehr aktuell sind, aber eben nicht in unserem Land? Erntedank zu feiern, ist ohne Nachdenken jedenfalls nicht möglich. Denn das, was wir heute lesen in der Bibel, alle Augen warten auf dich her und du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit. Diese rechte Zeit ist eine Zeit, die auch von Recht geprägt sein soll. Die davon geprägt sein soll, dass Menschen dieses Essen zu sich nehmen und dabei zugleich nachdenken. Und an den denken, der uns nicht nur die Speise gibt, sondern auch die Möglichkeit, diese Speise zu teilen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Ihr Pfarrer Rostan Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!